Ich bin derjenige, der eigentlich XP haben wollte. Hast du Pech gehabt? Vielleicht mal. Gut, dann baue ich es mal von so weit wie möglich weg. Kannst die auch haben, von mir aus. Ist das scheißegal. Ja, ne, warte mal. Dann nüchtern die Diamanten auf. Oh, okay, fertig. Okay. Okay, dann nüchtern die Diamanten auf. Bin ich verwirrt. So, da noch, da noch, da noch. So, ich bin wieder da, zieht man mit anderen Minecraft-Versionen. Ich kann nicht richtig durchbauen. Scheiße, sorry. Gut, dann hätten wir 38 Dias. Echt geil. Das kannst du durch 4 teilen. Was ist Nico Kopf rechnen? 38? 10. Oder 9, wie du willst. 9? 9. Das ist ja so klar. Ne, komm hier, hast du deine 10 Dias. Ja. Deine Spitzhack behalte ich aber dafür. Hä? Ne. Noch nicht. Hat Can noch Diamanten, oder? Ich hab leider keine mehr. Ach, hast du die auch abgegeben. Okay. Dann viel Spaß mit 28 Diamanten, ne? Ja. War schön mit euch, also gefühlvoll schön mit euch wieder Geschäfte zu machen. Alex? Was? Ich könnte dir ne Rüstung machen, ne Diarussi Full. Und mir nochmal eine. Ne Diarussi Full. Mach mir Beine, Kopf und Schühe. Schühe? Ja, das reicht. Also du hättest nicht einfach sagen können, mach mir ne Diamantenrüstung, ne? Ne, das muss einzeln alles gesagt werden. Ja, weil ich keine, ähm, weil ich einen Brustpanzer da schon hab. Achso. Achso. Ah. Ja, ich hätt aber gern noch Gürtel, Armschienen und so'n Zeug, ne? Ja, Mann. Und, äh, Armbinde. Aber bitte. Hakenkreuz. Und Diamanthoden. Schlepphoden. Bin ich richtig. Hä, ne, bin ich immer noch nicht. Eine Armbinde mit einem Hakenkreuz drauf. Hä? Kalli, wo geht's nach Hause? 2, 2, 2, 3. Kalli, wo geht's nach Hause? Bitte? Wo geht's nach Hause? Na, Gang durch. Kalle, bist du schon... Ich feier das jetzt. Also ich hätte jetzt wirklich den Diamanten jetzt noch wegen der Aktion zurückgeworfen. Aber ne, Spaß. Ich komm wieder zurück. Spaß. Den kriegst du nicht. 3, 4, 2, 2, 2. Dann Schräg. Ah. Ja. Ich hab Bock irgendwas zu bauen, John. Irgendwas Großes. Ich hab schon wieder die Fax-Schafe vergessen. Wichs mich. Ohne Witz. Nein. Bitte nicht. Nee, sorry. So was verschimmeltes Fax pass ich nicht an. Ja, versteh ich, aber... War nur so eine Redewendung. Heee, ich weiß nicht mehr, wo es zurückgeht. Na, hab ich doch grad gesagt. Orientierungssinn von der Birne. John, du musst einfach langlaufen. Halt die Fresse. Den Gang. Ja, da sind Millionen von Gängen. Ah. Toiletten am Ende des Ganges. Ja. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, Alter. Toiletten am Ende des Ganges. Wo war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Joke. Achso, wo der Fluss... Wo der herkommt, ne? Der Fluss ist, ähm... Fuck. Äh, Zombie. Fuck, von wo kommt nochmal der Fluss? Ja, äh... Hä, der Fluss? Ja, Ganges, so heißt der Fluss. Ja, ich weiß. Also... Ja, ist mir schon klar, dass der... Fluss Ganges heißt. In China, aber... Ich mein, wo der Witz herkommt. Äh, der ist ja nur in Indien, aber scheiß drauf. Ja, der ist echt in Indien. Ja, der ist in Indien. Der Darm-Austritt. Äh, Kali, kannst du ganz kurz nach unten kommen? Dann, äh, dann seh ich deinen Namen vielleicht. Ich bin bei Nigo. Ja, bei mir ist er in der Richtung schon. Ich hab deinen Kali-Schatz hier entführt, aha. Pinken Schafe, ja! Den kriegst du nicht so schnell wieder. Pinken Schafe für mich! Oh yeah! Ich hoffe, mir gerade durch das Zoomen von Optifine zu sehen, was dort hinten ist. Kein Kali. Öh, Zombie! Ja, das ist schon besser. Aber Kali, hast schon gesehen, wie groß die, die Insel schon, äh, schon ist, ne? Jaja. Und ich brauch jetzt Unmengen, 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 Unmengen an, äh, Steinen, um das jetzt vergrößern zu können. Und Steine geben, wenn wir die erst kriegen. Ihr habt ja, ihr habt ja mega viel Steine, ne? Ja, wir haben mega viel, wir haben mega viel Steine. Ähm, Alex, ich komm mal runter und hol mir ein wenig, ähm, Kohle. Ein Orangenschaf, Alter, so richtig einsam. Kali, kannst du nach unten kommen und mir helfen? Kali, kannst du kommen? Ich bin grad nicht daheim. Alex, wo ist deine Truhe? Da hinten bist du. Ich nehme mir mal ein wenig, ähm, ein wenig, äh, Kohle. So, vier Stacks. Also ein, zwei halt, ne? Ja, das war's mit Alex. So viel von Alex. Ich glaub, das sollte eine Antwort sein. Das war, glaub ich, vielleicht ein Nein. Eventuell. Ich hoff mal, dass es das nicht ist. Ach stimmt, ich könnte gleich leveln. Kann ich mir wieder irgendwas verzaubern? Hier ist nichts. Oh Gott, Hilfe. Ich muss hier irgendwie rausfinden. Aber ich bin zu unfähig und zu dumm dafür. Gut, die Schafe sind komplett abgefarmt. Da hinten ist Dirt. Die eine gelbe Wolle könnte ich mir auch sparen. Die hock ich jetzt mal einfach hier dran. Ah ne, Can, äh ne. Kalle, komm mal vorbei. Alter. Wo bist du? Komm mal hierher. Ja, wo bist denn du? Bei dir oben. Alter, bist du blöd ernsthaft? Dreh dich mal um. Ah ja, okay, dann. Guck mal hier rein. Alter. Geh mal, geh mal da unten rein und guck dir mal an, wie das da unten aussieht. Ich spring mal da unten. Oh, nicht zu. Alter. Das sind ein paar Schafe, oder? Kranker Sheet. Ja. Ne, 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 ne. Äh, Schafe. Genau, Schafe, ne? Lass mal noch ein paar mehr machen. Du kannst dir in die Kiste reinmachen. Boah, ich fliege raus. Mach da in die Kiste rein. Also die Eier. Okay, ich denke jetzt mal kurz nach. Gib dir, wie schnell die Eier wieder nachkommen. Sekundentakt halber. Ja, stimmt. Na ja, so alle zwei Sekunden ungefähr. Ja, ja, gut. Ja, wenn jetzt die ganzen Dinger da reinkommen, ähm, die ich gerade eben reingelegt habe in die Truhe. Das war ja schon... Ja. Ich hab ne Dreiviertel Truhe gefüllt. Ähm, danach ist, denke ich mal, wieder... Ja. Spaß pur. Die Frage ist ja, brauchst du viele Eier? Äh, ist doch egal. Ich mach da, das ist meine XP-Farm. Wenn die Hühner da anfangen halber rauszusprudeln, dann töte ich aber nur die, die oben sind, dann hab ich 30 Level. Mhm. Ohne... und das halt innerhalb von... von ein paar Minuten. Zwei, drei oder so. So, Alex, ich plünder mal deine Kohletruhe, ne? Ja. Und das ist keine Kohle mehr. Ich glaub, das ist ein Ja. Keine Antwort heißt Ja. Okay. Klare Antwort, oder? Klare Antwort, ja. Ja, eindeutig. Oh, da ist ein Kohleblock, den nehm ich mit. Boah. Der gehört jetzt mir. Ich glaub, ich geh echt gleich Kohle farmen. Und ich fast keine mehr hab. Habt ihr noch viel? Kohle? Ja, wir haben sowiel Kohle. Ich hab auch viel Cash, weißt du. Wir haben YouTube Money. Äh, YouTube Money Haters. Ja, aber ohne Witz, wir haben wirklich viel Kohle. Hat Julian letztens gebracht, so weißt du, Hashtag YouTube Money Haters. Ich denk mir so, what the fuck laberst du eigentlich? Echt mal? Also, wenn ich jetzt hoch gucke. Das war doch bei uns im Chat, oder? Whatsapp. Weiß ich gar nicht. Ich glaub schon. Ich dachte, er hat's gesagt. Ja, Sprachnachricht. Achso, okay. Achso, ja dann, dann kann das natürlich, äh, erwarten. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Das finde ich meinen alten, meinen alten Gang. Ist ein Alex gerade gemutet, oder was macht denn der? Nein! Sein PC ist abgeschmiert. Okay, also ist er gemutet, oder nicht? Nein! So, Can, wenn ich jetzt heim bin, würde ich sagen, Gönnen wir uns. Entschuldigung. Wir gönnen uns gleich. Die ja, Russi. Nein, nein. Was ist das denn? Ja! Ich hab's wieder rausgefunden. Achso, ich komm bei euch vielleicht demnächst mal vorbei und hol mir nicht, äh, Stein ab. Hallo Creeper. Ich hab auch Arschviehlsteine, du kannst doch von mir haben. Ja, ich hab aber auch Arschviehlsteine. Ich muss das erstmal verbauen und danach hol ich mir Neues. Boah, Alter, ohne Witz, ich mach nichts. Achso, Alex, willst du mir vielleicht, ach ne, du hast das selbst zu tun, ne? Äh, ungern kann ich dir helfen, ich will auch meine Brücke bissl bauen. Ja, dann bau deine Brücke, wenn du mal nichts zu tun hast und mir helfen willst, kannst, oder ich dich zwinge, dann komm ruhig her. Mach ich sobald ich kein Akazienholz mehr hab. Und wieder im Spiel bin. Und meine Aufnahme starten kann. Denkst du, ich könnte das Akazienholz ganz ausversehen verbrennen, dass du keins mehr hast und dann, dass du mir hilfst? Wenn das passiert, bist du schneller, hast du schneller ein Problem am Hals als du denkst, weil ich dann dir schlecht nicht helfen werde. Schade. Es ist wie, als würde ich jetzt Team Tenim und deine Insel wegsträngen, oder das Wasser wegmachen. Schade. Einfach nur schade. Einfach nur no. Ja, das war halt das einzige was mir dazu eingefallen. Außerdem ist es wie, als würde ich jetzt den Wasserfluss deiner Insel stoppen und wenn du hochschwimmen willst. Das wär aber ganz schön böse. Weiß. Ich hab übrigens deinen Enderperder genommen. Deinen Ender, ich hab ein Enderau gedreht. Hallo Zombie. Ich hab dich gesehen. Was, Zombie ist hier? Hallo Zombie. Wo, wo, wo? Mach mal Zombie. Zombie. Okay. Alter, ich hab fast einen Stack Diamanten. Ich glaub ich mach mir dann, ich mach mir so einen, äh, Blöcke. Wir haben über einen Stack Diamanten mittlerweile schon. Okay. Geil. Aber ich mein, ihr habt noch, ihr habt noch keine Rüstung und keine vier Diamantspits hacken. Wir haben beide Prost. Wir haben beide Prost. Geil. Wir haben auch noch einen Enchanted oder? Achso stimmt, ja. Ihr habt noch, jetzt seid ihr zweit. Hä, ich glaub Alex und ich haben auch schon genug Scheiße gemacht. Mhm. Das Leben, weißt du. Ja man. Leben wie Larry. Es nimmt einen mit, ne. Leben wie Larry. Ja. Es nimmt einen mit. Ja, wie eine zerstörte Stoffpuppe. Ich glaub Kalle hat heute das niedrigste Lachniveau, dass es geht. Weiß nicht. Ich kann dir den Scheißdreck sagen, der lacht. Ja man. Lächelt, er lächelt jetzt schon gerade. Ich bin nicht mehr unversichtlicher. Oh Kalle, er hat sich ertappt, der. Wow, 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 wow. Hat er nicht gemacht. Hm. Alter, Kalle, bist voll Pro. Hör mal auf hier, du holst mich noch ein hier mit Pro-Ness. Okay, OPS wird wieder gestartet. Woo, Party. Yay, nach einigen Problemen. Bei mir gibt's jetzt bei mir auch weiter. Yay, voll geil. Party. Das ist die beste Party ever. Die beste. Ich guck jetzt gleich live nach. Nicht, dass seine Bruder nicht auf ist. Nee, die stinkt. Was, meine Mutter? Schreib das, schreib das. Nein, nicht schon wieder. Kalle, kannst du bitte im Chat... Scheiße. Oh man. Kannst du bitte im Chat schreiben, so... Gut. Die vorherigen vier Parts findet ihr bei Nico. Bei Nico. Was für ein Teil? Achso. Vorherigen vier Parts, die jetzt verloren gegangen sind bei mir, seht ihr bei Nico. Bei Nico. Alles klar. Nico. Weil das Problem ist... Wenn der Rechner abschmiert und OPS läuft noch, ist die Aufnahmen weg. Oh. Echt? Aua. Aua. Komplett. Deswegen hab ich Fraps, weil... Fraps ist auch weg danach. Ja, nicht die Aufnahme. Was macht denn der Creeper da? Achso, ich hab keine Fackeln geplantet. Ja, das... Ist halt Pech. Ist so, es ist halt Pech. Kann man halt nix machen, ne? Ne. Ist halt scheiße. Kalle. Ja, Kalle, wenn du mir bei der Insel helfen willst, dann äh... Ich wögerst du's weg. Kannst du auch gerne... Das Problem ist nur, der Weg ist immer so lang. Ja, du kannst durchs Neverportal gehen. Ja, dann muss ich trotzdem irgendwie zurücklaufen. Du kannst auch durchs Neverportal mit einem Pferd gehen. Das... Wahr. Ungelogen. Ungeliebt. Also... Ja. Also... Was war jetzt los? Ich wusste nicht, was ich euch sagen sollte. Weil ich war so gestresst und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ah! Also... Endlich, ich bin best Ashtrecker ever, oder? Was bist du? Das wär's was? Alex... Best Ashtrecker ever, oder? Ich komm von hinten und so... Buh! Du kommst von hinten? Ja, ich komm von hinten. Ja, ich komm von hinten. Ist da jemand Leder? Ja... Leder... Ich glaub ja irgendwie, dass es am großen Breyer liegt. Alter, da ist Spinne hoch! Alex, Alex, komm mal kurz her! Komm mal kurz her! Ja, die ist mir gefolgt! Nee, guck's dir mal an! Guck's dir mal von hier an! Die Spinne versucht hier hoch zu schwimmen! Wo ist Can? Sieht das geil aus! Can! 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 Nee, hat er nicht! Nee, hat er nicht! Er hat sich nicht gemütet! Das is´s ja... Can! Weißt du was? Versuch's ihn aufzuwecken! Jarak´s! Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Jan, wir holen uns jetzt in die andere Stimme. Scheiße, Alex, ernsthaft. YOLO! Bis gleich. Nein! Was ist jetzt? Ich musste lachen. Alex, du bist so ein Fail, ernsthaft. Was denn? Ich sag doch YOLO! Ja, warum sprichst du denn runter? Weil YOLO! Moment! Irgendwo hier was. Da, ja. Ich hab mir nur 2 Level. Lache, lache, lache. Ah, ich hab mein ganzes Zeug noch nicht wieder. Ey, ey, hallo!